Alessia Ich liebe dich, warum sollte ich dich betrügen? verteidigt er sich. Als Alessia wissen will, warum Paul sie anlügen sollte, geht Carlos in die Offensive und erzählt ihr, dass Paul in Wahrheit seit Monaten in sie verknallt ist. Wem wird Alessia glauben? Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am kommenden Donnerstag, 11. Juli um 19.40 Uhr im Free-TV zeigt. Beim Streaming-Dienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen GZSZ Alessia findet den Beweis Alessia weiß nicht mehr, wem sie glauben soll. Sie macht sich auf die Suche nach Beweisen und findet sie in Carlos Auto. Als sie Evelyn's Adresse in Carlos' Navi eingibt, stellt sie fest, dass er tatsächlich bei ihr zu Hause war. Tief enttäuscht packt Alessia Carlos' Sachen in eine Tasche und macht Schluss. Ich will, dass du sofort gehst. GZSZ Paul gesteht Alessia seine Gefühle währenddessen gesteht Paul Alessia endlich seine Gefühle, die er so lange unterdrückte. Bereits im April erklärte Schauspieler Niklas Osterloh, dass seine Rolle mit der Situation völlig überfordert sei. Osterloh Es ist immer dieses Hin und Her, und Paul kann sich nicht überwinden, Alessia reinen Wein einzuschenken. Ich verstehe das auch. Wenn man das dann macht, hat man Angst davor, dass dann, wenn man es gesagt hat, und sie, nein, sagt, alles zerstört ist. Umso länger du es hinaus zögerst, umso länger hältst du ja die Möglichkeit im Raum, dass es doch noch passiert. Osterloh 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 Osterloh